Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Kasper und ich spielen die coolsten Achterbahnfahrten auf der ganzen Welt. Wenn ihr nicht dieses tolle Video verpassen wollt, dann verprügelt es auf jeden Fall den Like-Button. Schaut auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's. Yo, was geht ab, Kasper? Yo, was geht? Ey, ich sagte, wir haben hier heute richtig coole Achterbahnen am Start. Geh mal hier vorne ins Menü. Komm mal, komm mal Hilfe. Was machst du denn? Du fährst hier so eine langweilige. Du bist so eine langweilige hier. Geh mal ins Menü. Wir haben hier nämlich extrem viele coole Achterbahnen, die wir hier fahren können. Oh mein Gott. Okay, welche willst du fahren? Ich würde sagen, wir machen direkt hier die die Speedy Coaster. Die Speedy Coaster machen wir. Oh mein Gott, okay, ich bin sehr gespannt. Und jetzt teleportieren wir uns da hin und... Oh Gott. Okay, ich würde sagen... Kann ich bei dir noch mit rein? Ja, ja, safe, safe. Oh mein Gott. Jetzt aber auch festhalten. Oh mein Gott. Nicht so schnell fahren. Was machst du denn? Ich mach ruhig, ich mach ruhig. Okay, wir haben auch eine Kameranzeige. So, okay. Sehr gut, fahr bis hier nach oben. Alter Schwede, jetzt geht's hier noch höher, oder? Alter! Ey, was machst du denn? Was ist denn? Das war schwierig, als ich dachte. Sag mal. So, ich hol mir jetzt mal ein eigenes Ding hier. So. Okay, warte, ich komm zurück. Hast du auch, bist du auch noch hier am Start? Oh Gott. Ja, warte, lass mal einsteigen bei dir hier. So, ich komm. Und los. Alter, dann muss man eben langsam sein, oder warum sind wir da runtergefallen? Ich glaube, wir waren einfach nur ein Ticken zu schnell dafür. Ja, mal gucken. Okay, warte, dann sind wir jetzt ein bisschen langsamer jetzt, glaube ich, nochmal. So, hier geht's hoch. Alter, wir fallen die meisten runter. Genau, genau. Und man kann sie auch gegenseitig runter crashen, ne? Okay, so, jetzt sind wir wieder hier oben. Oh, doch langsam, sag mal. Oh, ruhig. Oh, Alter, das langsam steht hier. Hier steht langsam, hier steht langsam, langsam. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, langsam steht da. Oh nein. Langsam. Warte, nimm mich mit, nimm mich mit. Dann steig ein jetzt. Warte, ich kann mich, ich kann mich nicht verrieren, glaube ich. Ach, Robax, ich muss kurz einmal gucken. Ja, das müsste gehen. Wie jetzt? Oh, warte. Und, ja, okay, ich bin wieder am Start. Okay, fahr weiter. Hä? Okay, krass. Oh. Oh, ruhig. Hier steht auch wieder langsam. Ey, sowieso müssen wir die ganze Zeit langsam fahren. Ey, die hieß doch Speedy. Speedy. Also, ey, was machst du denn da die ganze Zeit? Oh, warte, ich kann einen Schalter umlegen. Schwer, Mittel, Mittel. Bro, was ist das? Guck dir das doch an, Bro. Das ist so unfair. Was ist das, was du hier machst, ey? So, ich falle hier mittlere Schwierigkeit. Oh. Oh, ey, was? War das richtig? Ich bin runtergefallen. Warte, kann ich mich hier wieder rein teleportieren? Geht das, oder was? Fahrt Robax? Langsam, 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 langsam. Speedy. Ey, was? Ich bin direkt wieder runtergefallen. Oh mein Gott, ich bin so schnell und ich bin am Ende. Neun. Am Ende. Ne, da bin ich. Ich bin am Ende. Alter. Alter, ich hab's geschafft. Ich auch. Ich hab... Ah, ja, moin. Stufe 2. Alter, sind wir im Candyland, sind wir jetzt hier, ne? Genau, genau, genau. Alter. Okay, ich fahr direkt mit meinem Wagen. Mein Wagen! So, ich hab... Ey, du hast mir meinen geklaut. Das ist meiner, das ist meiner. Okay, los geht's. Bist du ready? So, ja, ich bin direkt hinter dir. Wir sind hier im Candyland. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, aufpassen. So, ruhig. Nicht so schnell, nicht so schnell. Oh, oh, oh. Langsam, langsam. Langsam. Oh mein Gott, irgendwas ist hier grad neben mir runtergefallen. Wer war'n das? Warst du das, oder was? Ich bin runtergefallen, ja. Oh Gott, oh Gott. Ich muss... Ich muss ein Eis hier rüber. So, ganz entspannt. Ganz entspannt. Ist das die richtige Richtung? Ja. Okay. Ey, das ist schon Stufe 3, sehe ich grad. Wie krass, das sieht dir aus hier, die Achterbahnfahrt. Hey, was? Ich wurde dir grad von so'n Ding, von so'n Hammer geholt. Nein, ich bin auch vor den Hammern runtergefallen, Digga. Was hast du denn? Die Gansfrau sieht jetzt hier noch durch die Türen. Ja. Ich bin, dass es gefühlt 100 Robux aussieht. Ehrlich? Als ob du so oft runterfallst. Nein, die Hammer, Digga. Ohne Witz, Alter. Was machst du denn? Ich verbleibe zu schlecht für diese Achterbahn. Warte, jetzt. Du kannst nicht mal bei mir mitfahren. Das ist ja richtig nervig hier, dass du es gar nicht schaffst. Warte, jetzt aber. So, ich bin auch schon bei der Stufe 3 angekommen. Oh, bist du schon am Ziel? Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal wieder ins Menü. Und gehen jetzt nochmal auf eine nächste. Ey, das sieht cool aus hier. So ein Mountain Ride oder so. Oh, mal gucken. Was kommt da? Oh. Okay, dann steig ein jetzt hier. Steig in mein Kart rein. Okay, okay. Nein, steig ein. Steig ein. Ich fahre lieber selber. Steig ein jetzt. Steig ein. Du bist leider zu schlecht dafür. Ah, Digga. Der hat mich überrollt mit seinem Fußball. Du bist ja direkt mal reingekommen hier bei mir. Jetzt hat er dafür ein krasses Kart. Aus dem Weg. Oh mein Gott, mach langsam, ne? Oh. Hey. Äh? Wo komm? Digga. Achso. Kommt vom Hammer. Oh nein. Oh Gott. Okay, warte. Genau das ist das, was ich meine. Jetzt kann ich mich nämlich nicht zurücksetzen. Ja, warte. Ich mach's doch gerade für uns beide. Okay, dann steig ich kurz aus und warte ich dann. Warte, warte, warte. Warte, warte, ich. Du musst ja warten auf mich. Oh, dann hast du jetzt halt dein eigenes Ding. Geht ja auch. Jetzt hier, fahr vorsichtig. Du musst das timen. Du musst das timen mit dem Hammer. Und. Warte. Oh mein Gott, jawoll. Okay, sehr gut. Oh mein Gott, du haben mich so krass verfolgt gerade. Der mich gerade so krass verfolgt. Aus dem Weg jetzt hier. Wow. Ich hier direkt weitergekommen bin, ohne zu warten. Oh mein Gott, wo sind wir? Oh mein Gott, pass auf, da sind so Steine. Oh nein, da haben wir. Da sind so Steine. Oh, ich fahr trotzdem. Langsam, 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 langsam. Langsam, langsam. Langsam, okay. Oh mein Gott. Fahren. Nein, der Stein trifft mich, Digga. Bro, was ist denn das? Ich bin so hoch gerade. Bitte, die ganze Zeit gibt's mir direkt der nächste Stein. Alter, ich fahr hier durch wie ein junger Gott. Mich trifft hier gar nichts. Bitte, 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 bitte. Überleben. Ich bin voll schnell, hier ist Feuer. Das ist fantastisch gerade, Alter. Nein, ich bin draufgegangen. Ich bin komplett draufgegangen. Circus Island sieht eigentlich ganz cool aus. Da können wir eigentlich mal reingehen. Ja, mal cooles. Ich würde sagen, dann starten wir jetzt mal ein richtig cooles Kart. Oh, guck mal, wie cool das aussieht. Okay, bist du bereit? Nee, nee. Ja. Oh, nicht so schnell. Oh Gott, hier haben wir irgendwelche Müll-Karts, ne? Mit so... Wow! Was soll das? Da waren so Bomben drauf. Hä? Da waren einfach so Bomben drauf. Okay, dann nochmal probieren. Nochmal ganz hoch dieses Stein. Hä? Wir müssen aufpassen. Guck, da kommen die, da kommen die, da kommen die, da kommen die, da kommen die. Ach da, diese kleinen Bomben, oder was? Jetzt schnell. Alter! Oh ja, du hast die weggehalten. Ich war weg von der Bombe. Ich geh'n mal hin. Die sind genau hinter mir. Ah! Hilfe! Ey, Mann. Oh! Oh mein Gott, ich schaff's, ich schaff's. Ich klemm es. Die waren genau hinter mir, Alter. Du musst einfach dann voll hinwegfahren. Ich geb' auch grad schon Vollgas. Ich geb' auch schon Vollgas. Oh! 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 Ja, ich hab's! Stufe 2! Sehr stark. Ich muss mich kurz wieder entklemmen, so. Oh, ja, ich seh' dich da vorne. Schön, noch mal runter. Um die Insel herum. Easy. Gar nichts los. Wow! Pass auf die Bomben auf, ne? Da komm' einige. Die sind schnell. Die schon wieder hier. Ja! Sehr gut. Stufe 2 jetzt hier. So, und dann würde ich sagen, rein in den Wagen. Oh nein. Und los geht's den Bomben hoch! Wow, wie cool der aussieht. Oh, wow! Was war das da? Alter! Alter, nein! Alter, ich hab' abgebremst. Du nicht, oder was? Nein, ich bin voll die Kanone hochgefahren. Ich mach' nochmal hier. Aus dem Weg. Ich schaff' jetzt grad. Oh mein Gott. Ich fahr rückwärm. Was? Ich fahr' über Kopf. Was? Ich fahr' über Kopf. Oh mein Gott, ich fahr' über Kopf! Stimmt! Oh nein! Entklemmisch! Entklemmisch! Oh Gott! Muss man langsam machen, über Kopf! Oh Gott! Oh, ruhig! Da bist du! Hier ist ein Apfel! Hier ist ein Apfel! Wow! Ich hab' den nicht geschafft! Die Fahrt darüber! Aua! Hier war auch wieder langsam! Das war übelst schwer, Alter! Wo man immer so aufkommt, wo man da rüber muss! Ich weiß, du musst richtig aufpassen! So, hier warte ich, komm' mir grad gut voran! Also echt! Wie ich gespawnt bin! Also ich gespawnt! Und? Was verpackt jetzt bei mir? Oh, 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 oh! Ich kann trotzdem noch fahren! Ich kann trotzdem noch fahren! Ich kann trotzdem noch fahren! Wo ich nur halbwegs drauf bin! Und jetzt häng' ich grad' fest! Und jetzt... Ja, ich bin bei der Stufe 3! Das war echt ne richtig coole Achterbahnfahrt! Aber ich hab' jetzt noch ein richtig geheimes Video für euch! Das wollt' ihr auf gar keinen Fall verpassen! Hahaha! Was? Guck mal! Hier sind voll viele Pakete! Oh, die müssen wir wegbringen! Ey, dann guck dir das mal an! Okay, okay, okay! Hier steht auf, warte mal, der Anfang! Ja? Drop-off-Pakete an den Lieferpunkten! Erreich das Ende, um deine Punktzahl zu erhöhen! Aber die Straßen sind gruselig! Sei vorsichtig! Okay, dann, äh... Warte mal! Hier können wir uns nämlich eine Karte erholen, ne? Ja! Jeder eins oder zusammen eins? Jeder eins! Wir können zusammen eins! Zusammen eins? Komm ein hier! Pack du das Paket drauf! Pack du das Paket drauf! Okay, warte, warte! Ich packe ein Paket drauf! Kann ich hier das Paket? Ne, ich glaube wir müssen durchbrettern oder so, ne? Ah, durchfahren! Ne, warte mal! Lass Pakete an Punkten wie diesen fallen und Punkten zusammen! Okay, warte! Kann ich die nehmen hier oder fallen wir durch? Ne, wir müssen durch! Komm, steig ein hier! Okay, ich steig auf! Ich steig auf! Okay, Paket Nummer eins! Oh, wir machen Battle gegen die Links neben uns! Wir machen Battle! Stimmt! Oh mein Gott! Herr Bruar, was war denn da los? Was hast du denn da gemacht? Nochmal! Ich hab gar nichts gemacht! Das war ja das Ding! Du bist doch voll... Vielleicht war das der falsche Weg? Ah, lo... Ja, das ist der falsche Weg! Sicher? Da sind aber auch Pakete auf dem Weg, ne? Ich glaube, da haben wir auch ein krasseres Kart oder so! So, dann lass dich überfahren! Ich fahre, weil ich bin der Profi! Warte, ich steig ein! Okay! Okay, jetzt hier! Los geht's! Sehr gut! Ja, guck mal, das ist auch viel leichter! Gar nicht! Voll schwierig! Ist ja viel einfacher! Guck mal, ob ich hier lenken muss und so! Du musst lenken! Du musst hier richtig krass lenken! Dipp! Da steht Dipp! Dipp! Wow! Wow! Alter! Was soll das denn? Okay, warte, dann haben wir... Okay, jetzt habe ich das... Oh mein Gott, jetzt habe ich die Idee! Das Problem ist, bei manchen Sachen müssen wir halt auf jeden Fall auch so unser Tempo reduzieren! Ah! Ich glaube, das ist auch... Lass mich mal wieder fahren, ja? Genau, dann fahr du mal! Das heißt, du musst auf jeden Fall, wenn du so Dipp oder so was steht, musst du auf jeden Fall langsam fahren! Weil du hast ja gerade gesehen, wie wir ein Gleis sind, ne? Ah, lol! Okay, ich sehe auch gerade, wenn man das bleibt, das hält sozusagen dann die Geschwindigkeit, ne? Ja, das... Das heißt, wenn ich jetzt hier... Wenn ich jetzt hier S drücke... Ja, jetzt wird es langsam, wenn ich W tippe... Ah! Jetzt gebe ich einmal... Okay! Dann hält er das sozusagen! Okay, dann fahren wir ein bisschen schneller hin! Wollen wir auf jeden Fall noch ein paar mehr Pakete abliefern! Ja, ist ja gut! Ist ja gut! Vollgas! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Das ist heute richtig cool, Leute! Das wird richtig... Langsamer, langsamer, langsamer! Oh Gott! Das habe ich noch richtig reingeprenzt da! Wuii! Alter! Ja, alles gut! Weiter, weiter, weiter! Da ist noch ein Paket! Oh, das ist schon das nächste! Sammel ein, sammel ein! Achtung! Dip, 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 dip! Und nächster Paket hinten drauf! Ohhhh! Ey, warte mal! Die Weiche! Nein! Slow, slow, slow! Oh mein Gott, nein! Ja! Ich habe es gemacht! Nein! Jetzt! Alter, das war gerade so knapp! Okay, okay, ich drücke Volldampf! Ich mache Volldampf! Nicht Volldampf! Nicht Volldampf! Leichtes Volldampf! Leichtes Volldampf! Aber nicht Vollvolldampf! Ich mache nicht schneller als so! Da oben sind das so Autos! So Paketautos! Bisschen schneller kannst du noch machen! Bisschen schneller kannst du noch machen! Ist Max! Ja, oder so! Das heißt, wir haben gleich noch ein Paket hinten drauf! Und denk dran! Je mehr Paket wir auch drauf haben, desto schwerer wird auch unser Kart! Und ich gucke, wir können auch unser Dinger umlockieren! Oh, 20! Ist vielleicht ein bisschen zu schnell hier für diese Strecke, würde ich sagen! Warte mal! Zwei! Fünf! Fünf! Ja, lieber so! Okay! So, Alter! Drei Stück haben wir jetzt hinten schon draufgeladen! Ähm! Okay, also... Ey, guck mal die Strecke da hinten! Diese krasse Wallride da hinten! Siehst du das links? Alter, das dreht sich sogar da hinten! Wo denn Wallride? Hinter uns jetzt! Hinter uns jetzt! Diese krasse Strecke nach unten! Gerade nach unten! Oh mein Gott! Okay, das gibt es auf jeden Fall... Alter! Was macht denn der da? Da! Die sind runtergefallen! Oh mein Gott! Ey, die haben voll viele Pakete hinten drauf gehabt, ne? Das waren die von eben, ne? So, okay! Ach, schaffst du's? Ja, wir haben noch ein Paket! Achtung! Das kriegen wir alles hin! Das kriegen wir alles hin! Ey, da oben ist schon die Plattform, wo wir das hinbringen müssen, glaub ich, ne? Ja, kriegst du's hin! Mhm, ja, ja! Okay, sehr gut! Und dann jetzt hier schön wieder rüberdüsen! Letzte Kurve! Jetzt bloß nicht noch draufgehen hier! Jetzt... Oh Gott! Achtung, durch! Schnell! Steht da! Schnell! Wir müssen jetzt schnell durch! Pass auf! Könnten wir jetzt nicht? Ne, okay! Mach Fullspeed, Kaspar! Das geht schnell! Gib ihm! Schneller geht nicht! Gib ihm! Mach schnell! Ja! Mach schnell! Es hat funktioniert! Ohhhh! Die ganzen Pakete! Die ganzen Pakete! Oh mein Gott! Ey, hinter uns kommt ein Auto! Jetzt! Nein! Hinter uns kommt ein Postauto! Deswegen schnell! Oh Gott! Achtung, das ist die Paketpolizei! Langsam! 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 Oh mein Gott! Ach nö! Nein, das glaube ich nicht! Das kann nicht sein, dass wir jetzt einen Meter vorm Ziel da jetzt so draufgegangen sind! 3.000 Jahre später! So, nach 3.000 Jahren haben wir es aber gut geschafft, Kaspar! Endlich! Das war so schwer! Wir haben die ersten Pakete hier abgegeben, ne? Sehr gut! Ja, ich bin jetzt hier drunter gefallen, warte! Okay, aber es geht hier auch schon direkt weiter mit dem nächsten, mit der nächsten Schreiter! Ja, ich weiß wie jetzt das Ding ist, wir haben ja 200 Punkte pro Paket bekommen, ne? Oh! Das ist echt mega cool! Sehr gut, sehr gut, sehr gut! So, pass auf! Jetzt, pass auf! Jetzt haben wir nämlich hier jetzt noch die ganzen Starter, Stau, Abspringen, Schließen! Ah! Jetzt können wir hier wieder... Ich würde sagen, jetzt können wir umso mehr Pakete liefern, wenn ich jetzt hier noch so Dinge mache und dann fahren wir so quasi hintereinander! Latz da! Aus dem Weg! Weg da vorne! Armstrong! Duelliere dich mit deinem Freund, lass dich nicht tippen! Also entweder gehe ich rechts von dir... Ah! Okay! Ah, warte mal! Ich will rechts von dir! Sooo! Wieso rechts von mir? Au! Was soll das? Jetzt fahre ich hier auch noch runter! Oh mein Gott, was? Hä? Was denn? Was können wir machen? Oh mein Gott, guck mal wie das gerade aussieht! Okay, warte mal! Bist du bereit? Setz dich rein! Okay, ich setz mich rein! Okay, und los! Und jetzt? Was machst du denn weg? Dann musst du da bremsen, ne? Oh mein Gott! Bremsen! Muss ich hier bremsen schon? Brems doch! Okay! Oh mein Gott, ja! Alles gut! Alles gut! Ich komme runter! Ich bin auch direkt neben dir Kasper! Volldampf! Ich bin noch nicht voller! Jetzt! Wow! 40, 50, 60! Wo bist du? Ich komme! Mein Anleger! 60! Mein Anleger! 60! Nein! Ich bin runter! 200! Wie bist du runtergefallen? Alter! Ich glaube heute 300 oder so! 300! Ja, ja! Aber auch mal runterfallen! Slow! Slow! Langsam! Langsam! Ich habe es geschafft! Alles gut! Ich brems dir kurz! Ich warte auf dich! Das ist gar nicht mal so weit! Ich bin zum stehen gekommen! Ich habe auf jeden Fall das Duell gerade gewonnen! Wo bist du? Gib Gas! Da vorne bist du! Gib Gommi! Ich komme! Ich komme! Oh mein Gott! Gas geben! Nein! Ey, das kann man sich nicht ausmalen! Was ist passiert? Auf einmal falle ich da durch! Ja, du musst da aufpassen! Dann musst du langsam fahren! Da bin ich! Langsamer! Langsamer! Oh Gott! Sehr gut Kasper! Wir kommen ab und zu noch Kanonen rechts von uns! Die schießen auf uns! Oh Gott! Ich sehe es gerade! Ich gebe jetzt nochmal Gummi! Ich stampe jetzt schon mal direkt hier! Ja, ja, ja! Gib das nächste! So! Achtung! Du bist hinter mir! Das ist gerade mal mein erstes Paket! Nein! Oh mein Gott! Au! Oh! Wie ein junger Gott fahre ich hier für mich rüber! Oh! Sehr gut! Ich fahre bei dir jetzt lieber mit! Ich bin doch ein Post Azubi! Ich weiß! Du bist doch ein Post Azubi! So, jetzt können wir mich hier schön hoch büßen! So! Du 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 du! Ey, weißt du was das Problem ist? Wir haben jetzt noch kein Paket hier, ne? Alter! Esst mal weniger! Ich komme ja nicht hoch! Eben bin ich hier! Sag mal! Hier, wenn wir nicht einschlafen haben! Wisst ihr? Ich bin Post Azubi, aber du bist Post Rentner! Ja, aber ich komme nicht schneller das Ding! Ich gebe schon Vollgas! Jetzt drück doch mal drauf da! Sag mal! Hier, Paket Nummer 1! Zack! Sehr gut! Jetzt ist es nur noch schwieriger, ne? Aber da oben steht gleich auch irgendwie Antenne! Was steht da? Oh, wir haben ja hinten eine Radioantenne sich! Oh Gott! Die Kanonen! Welche Kanonen? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war grad extrem knapp! Pass auf die Feuer an hier! Oh mein Gott! Jetzt haben wir jetzt genug Zeit! Oh mein Gott! Das war grad so knapp, ne? Alter! Auf einmal kommt die Kugel von hinten geflogen! So warte! Lass jetzt hier mal schön! Oh! Das habe ich mir nicht geschafft hoffentlich! Oh! Langsamer wieder! Langsamer! Oh mein Gott! Doch 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 doch! Wir sind nicht zu schnell in die Kurve gleich! Nein! Bin ich nicht! Na gut! Na gut! Alles gut! Ich fahr in meinem Tempo! Ich merke schon! Du bist ein kleiner Paketprofi! Wir müssen gleich rückwärts fahren, ne? Nein! Rückwärts kann man nicht! Wir müssen einfach warten! Einfach hier warten! Da steht Stopp! Da steht Stopp! Noch ein Stück und warten! Warten! Das fällt das Ding runter! Das ist doch falsch! Oh mein Gott! Nein! Hä? Das war nicht falsch! Wir sind einfach kopfüber! Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab grad noch gebremst! Ey! Was? Guck dir das mal an! Wie cool ist das denn alles! Bitteschön! Und rüber hier! Und rüber hier! Das ist echt krass! Das ist echt krass! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Die Bomben! Oh nein! Warte mal! Lass sie erstmal alle kurz schießen! So jetzt! Jetzt können wir durch! Jetzt können wir durch! Oh mein Gott! Alter! Oh mein Gott! Jetzt! Jetzt! Oh Pakete! Ganz viele Pakete! Kommt geschlossen! Was steht da? Hä? Einfach noch einsammeln und stehen bleiben! Okay! Ich stehe! Ich stehe! Ich stehe! Ich stehe! Ja wenn jetzt sind wir auf gar keinen Fall runterfallen! Oh oh! Langsam! 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 Oh! 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 Ich bremse schon! Direkt weiter! Direkt weiter! Nein! Das ist doch Pakete abgeben! Das ist zu riskant sonst! So! Warte! Achtung! Jetzt hier ablegen nämlich! Anhalten! Ablegen! Sehr gut! Okay! Jetzt aber weiter! Okay! Jetzt haben wir gerade ordentlich Punkte bekommen! Aber echt Alter! Das ging richtig! So weiter geht es jetzt hier zum nächsten! Sehr schön! Warte da steht da wieder! Wir können den rammen! Diese Etappe! Oh mein Gott! Alter! Diese Etappe ist inspiriert von Karrenfahrt und nichts Around! Du solltest irgendwann spielen! Okay! Achtung! Hier ist ganz viel Verkehr! Ganz viele Autos! Jetzt! Gas! Ich bin mitten im Verkehr! Ich bin schon Gummi! Mitten im Verkehr! Alles gut! Mitten im Verkehr! Oh mein Gott! Oh oh! Wir sind eins mit dem Verkehr! Eins mit dem Fluss! Eins mit dem Fluss! Langsamer! Was machst du denn? Ich hab dich mal berührt! Bro! Natürlich hast du's berührt! Komplett! Bei mir nicht! Bei mir warst du... Ich dachte so... Wann willst du da rein crash? Was soll das? Fahr einfach! Ich nehm mir den Typ noch mit! Da! Vom Apfelkopf! Warte ich steig... Hä! Also wirklich! Was sollte das denn? Na gut! Na gut! Der Apfelkopf hinter uns wird das jetzt nerven! Aber ab der Apfelkopf! Schnell! Schnell! Oh mein Gott! Das war smooth! Ich sag dir wenn ich das bei mir seh! Okay! Also wenn du bei mir berührst! Hinter mir! Oh der Apfelkopf wird gleich berührt! Ja! Hinter uns! Schnell! Schnell! Hinter uns! Mann! Ich hab's bei mir nicht berührt! Du musst aussteigen! Sonst geht das nicht! Ja okay! Ich hab's bei mir nicht berührt! Komm 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 komm! Gas 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 Gas! Okay ich bin noch im Verkehrs drin! Volldamm! 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 Ich bin im Verkehr drin Kaspar! Ja okay! Alles ist gut! Bei mir auch alles in Ordnung bisher! Ich fahr direkt hinter so'n Ding! Ich fahr direkt hinter so'n Ding! Okay okay! Bei mir auch! Pass! Oh nein! Welche Weiche! Welche Weiche! Ja! Erstmal aus dem Verkehr raus! Sehr gut! Welche Weiche hast du genommen? Geradeaus musst du! Du musst geradeaus! Okay! Ich hoffe dass ich auch das Richtige drin hab! So ich bin im Verkehr drin! Warte aus! Ja genau! Ich hab Links genommen! Haha! Ist auch richtig! Als ob alter! Ist auch richtig! Ey! Abstand! Mach ruhig! Mach ruhig! Ich fahr über grün! Nein! Gas! Oh mein Gott! Alter! Ich fahr über Rot! Ich hab's einfach noch geschafft! Ich fahr über Rot! Ich fahr über Rot! Ich fahr über Rot! Mach nicht! Mach nicht! Ha! Gangster! Ich bin Gangster Bro! Du willst nicht wissen wer da oben steht! Du willst nicht wissen wer da oben steht! Wer steht denn da? Armstrong! Oh nein! Der Apfelmann hinter mir! Oh nein! Ich seh es! Ist doch grün! Oh mein Gott! Bremsen! Langsam langsam! Das ist ein Baller! Das ist ein Baller! Oh mein Gott! Das war grad echt! Das hätte mir echt grad das Leben gekostet! Oh Ampel! Guck! Apfelmann! Der schafft es nicht! Apfelmann! Er drückt noch voll rein! Ha! Apfelmann! Er ist runtergefallen! Jetzt hab ich keinen Druck mehr hinter mir! Alles gut! Was macht denn Armstrong da? Wieso? Der soll mal weg gehen! Nein! Nein! Der steht jetzt den ganzen Weg oder so! Hä? Wo ist der Weg? Warte kurz! Warte kurz! Brems! 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 Hier muss man irgendwas machen! Okay! Der Track ist weg! Was müssen wir hier machen? Ähm! Sind wir falsch gefahren? Ach! Ist es ein unsichtbarer Track? Oder? Ehrlich? Es ist ein unsichtbarer Track! Guck mal das ist ein Paket! Das schlägt da auch! Sag nicht oder? Oh mein Gott! Ja! Oh mein Gott! Okay! Dann gehen wir ein bisschen Stulle jetzt hier! Du alte Oma! Ja! Lieber nicht so schnell! Geschwindigkeitsbumps! Das kommen jetzt hier unsichtbare! Pass auf! Okay! Ja! Oh! Ihr werden dich schon jetzt antun mit der Geschwindigkeit! Oh! Alles gut! Alter! Du bist doch so langsam, Bro! Ja! Ich mach hier den langsamen! So! Da kommt Armstrong! Armstrong ist wieder am fahren! Ich seh es! Er ist noch voll dann weg! Mit Power! Mit Power! Oh! Voll der Rumpf! Ich hab Gummi! Ich geb Stulle! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Hier! Weiter! Oh mein Gott! Was kommt da hinten noch? Da kommt so eine krasse Achterbahn noch da hinten! Oha! Okay! Warte mal! Ich bin direkt hinter dir! Kollege! Jetzt aber Volldampf! 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 Voll speed! Leute! Oh mein Gott! 70! 70! Achtung! 60! 70! Oh mein Gott! Wow! 70! Jetzt du crash! Pass auf! Nein! Ja! Ich war langsamer! Ich war langsamer! Ja! Du bist direkt davor drauf gegangen! Ich bin im Ziel! Du bist direkt davor drauf gegangen! Mann ey! Komm her! Komm ruhig her! Komm ruhig her! Ah! Du armer! Hallo! Hallo! Nicht schlecht! Ja! Ja gut! Fahr jetzt! Abschlagen! Dieser wirklich lustige Teil, auf den du gewartet hast! Das hast du dir verdient! Oh! Okay! Bin ich mal gespannt! Wenn ein Spieler vorne steht, bleib hinter der roten Linie, bis er angewiesen wird! Vorwärts! Ich glaube wir müssen hier richtig schnell fahren! Beweg dich langsam vorwärts! Nein! Wir müssen hier schnell! Wir müssen hier sehr mega schnell! Ehrlich? Mach dich bereit! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay! Oh! Dampf! Stulle! Nimm! Nimm! Oh! Speed! Yeah! Alter! Unser Anhänger! Unser Anhänger! Oh nein! Der soll sich wieder einhacken! Der muss sich einhacken irgendwie! Langsam! Oh nein! Ach nee! Wir waren zu schnell glaube ich! Schade! Du komm schnell! Apfelkopf ist vor uns! Ja! Los geht's hier! Abflug! Warte warte! Nimm du 30! Ich weiß nicht mehr anderes! Okay! Ey! Der Typ nervt! Weg da! Er hat aber geschrieben er ist Abonnenten auf Ehre! Korrekt! Korrekt! Okay! Ich bin jetzt direkt hinter dir! Und los geht's! Okay! 100! 200! Oh Gott! Oh Gott! Schnell! 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 Hopp! Was machst du? Was machst du? Nein! Ich bin Vollspeed! Das sieht gut aus! Ich bin Vollspeed! Ja! Vollspeed! Ich hab's geschafft! Du musst da jetzt! Ja! 80! 80! Oh Gott! Oh Gott! 4! Nein! Langsam! Langsam! Hey! Mann! Das verrate ich dir jetzt nicht, damit du auch drauf gehst! Was ist da passiert? Sag ich dir nicht! Was ist denn da passiert? Was ist denn da passiert? Was passiert auf einmal? Was denn? Ist nichts passiert! Bei dir nicht? Bei mir schon! Ich kann ganz normal fahren! Okay! Bei dir kam auf einmal... Bei mir kam auf einmal ein Auto! Ach nein! Ja! Ein schwarzes Auto kam auf einmal! Von dir hab ich einfach gerammt! Ja! Einmal aus dem Nichts! Ey! So ein Assi! Ich komme gut durch! Ich komme gut durch gerade! Mann! Nein! Ich komme hier gar nicht durch! Ich sehe auch gerade die Autos! Nein! Nein! Ey! Das ist hier so ein Assi! Was hast du da vorne? Hier sind so viele Autos! Und Armstrong natürlich wieder! Soll mal abhauen! Armstrong! Die Gummi springen! Wuhuuu! Ey! Der Armstrong der will mich trollen! Alter! Kaspar komm her! Komm schon her! Ja! Ich überspring! Ich überspring! Komm schon her! Ich schaff's nicht! Ich schaff's nicht! Nicht überspringen! Ich hab übersprungen! Ach! Das ist das Ende hier! Lol! Wir haben es geschafft! Sehr gut! Die Brühe runter zurück zum Start zu gehen! Alter! Sehr cool! Guck mal das war's! Nächstes Mal können wir noch die anderen Wege nehmen! Und das war's!